Hi Petri, am Forellenhof angekommen werde ich den Argo und den Trautwubbler von Balser testen. Okay, bis später. Tschüss. Da war eine Weibwurfolie. Das habe ich da angemacht, um das heute rauszukommen. So, jetzt habe ich den aggressiven Argo. Mal sehen, was damit geht. Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020